Sie sind hier, 27. August 2018, 20.22 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Mainz, holt Jean-Paul Bözius von Feyenoord, Urheberrecht, Getty Images, wenige Tage vor Transfer, Schluss wird der 1. FSV Mainz 05 noch einmal aktiv und verpflichtet Mittelfeldspieler Jean-Paul Bözius von Feyenoord Rotterdam. Bundesligist 1. FSV Mainz 05 hat Mittelfeldspieler Jean-Paul Bözius verpflichtet. Der 24 Jahre alte Offensivspieler wechselt vom niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam zu den Rheinhessen und unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 2022. Anzeige, jetzt das neue Trikot von Mainz kaufen und mit dem Code BULI18 18% sparen. Hier geht es zum Shop beim Pokalsieger aus den Niederlanden absolvierte Bözius in der vergangenen Saison 45 Pflichtspiele, in der laufenden Saison stand er zweimal auf dem Platz. Jean-Paul Bözius ist ein sehr dynamischer Spieler, dessen Stärken im 1 gegen 1 in seiner guten Technik und in seinem schnellen Umschaltspiel liegen, sagt FSV Sportvorstand Ruven Schröder. Er ist ein guter Charakter und wird hervorragend in die Mannschaft passen, von Sportinformationsdienst.